Frau Hoffmann, direkt von Ihrem Stuhl aus hat heute Frau Warnknecht mit ihren Mitstreitern ihr neues Parteiprojekt vorgestellt, hier direkt vor der Regierungspressekonferenz. Da würde mich interessieren, wie schätzt denn der Kanzler dieses neue Projekt ein? Das kommentieren wir grundsätzlich erstmal nicht, aber der Kanzler ist froh darüber, dass wir in einem freien Land leben, in dem Parteien gegründet werden können. Aber begrüßt er denn diesen Schritt in gewisser Weise hinsichtlich einer Erneuerung der politischen Landschaft oder auch der Parteienlandschaft? Ich würde das jetzt weiter als das, was ich gesagt habe, nicht kommentieren wollen. Vielen Dank.